Fürstlich, musikalisch und mit der 3G-Regel ging es am Vormittag des 18. September auf dem Kirchplatz vor der Bibliothek Alte Lateinschule in Rochlitz zu. Oberbürgermeister Frank Dene konnte im Beisein von ca. 70 Gästen, darunter mehreren Stadträten, nun offiziell das Haus seiner Bestimmung übergeben. In seiner Rede skizzierte der Oberbürgermeister den Verlauf der Sanierung des Gebäudes nach und wies auf die Bedeutung des Hauses für die Stadt Rochlitz hin. Vor nunmehr fast 6 Jahren, im Dezember 2015, legte der Stadtrat mit Beschluss den Grundstein zur tiefgreifenden Sanierung der Bibliothek am Standort. Es war damals keine einfache Entscheidung, aber ich glaube, dass mittlerweile auch die Kritiker mit dem Ergebnis zufrieden sind. Gerade im Hinblick auf die besondere Funktion als Bildungsstandort ist eine moderne Bibliothek ein wichtiger Baustein im Gesamtgefüge der urbanen Infrastruktur. Aber auch aus städtebalischer Sicht und Aspekten des Denkmalschutzes konnte es eigentlich keine andere Entscheidung geben. Ohne diesen Schritt hier in den historischen Gemäuern der alten Lateinschule die Bibliothek zu erhalten, hätte es für das Gebäude kaum eine aussichtsreiche Zukunft gegeben. Pandemiebedingt konnte der Bau erst jetzt feierlich eröffnet werden. Fertiggestellt wurde er nach 26-monatiger Bauzeit bereits im Juni 2020. Am 7. Juli nahm die Bibliothek den Betrieb auf. Entstanden ist mehr als eine moderne Bücherei für rund 26.000 Medien. Das für mehr als dreieinhalb Millionen Euro sanierte und umgebaute Gebäude alte Lateinschule beinhaltet eine Mehrfachnutzung, eine Art kulturelles Zentrum. Zu den Nutzern des Gebäudes gehört die Volkshochschule. Ins Obergeschoss zog der Verein der Fürstenzug zu Dresden mit seiner Dauerausstellung ein. Mit dem Fürstenzug haben wir eine hochkarätige Ausstellung, durch deren Strahlkraft hoffentlich viele interessierte Touristen in die Stadt finden. Gerade auch in Verbindung mit dem Schloss Rochlitz können sich Synergieeffekte ergeben, die die Innenstadt beleben. Ich denke hierbei an Stadt- und Schlossführung in Verbindung mit dem Besuch der Ausstellung. Ein Teil des Fürstenzugs ist im Obergeschoss originalgetreu nachgebildet und historisch gestaltet worden. Über die gebotenen Möglichkeiten ist der Verein der lebendige Fürstenzug zu Dresden sehr glücklich. Vielen, vielen Dank an die Stadt Rochlitz und insbesondere unseren Oberbürgermeister, denen es gelungen ist, einen würdigen Ort für die Aufbewahrung der unikalen Ausrüstung zu finden. Das hat uns insbesondere bestärkt, auch für die weiteren Jahre voll mit unserem Verein hier weiter tätig zu werden. Aber es ist nicht dabei geblieben, dass man uns nur in Ort zur Verfügung gestellt hat. Dank unseres Vorstandsmitgliedes Jens Stahlmann und seinen Helfern gelang es mit enormem Aufwand die obere Etage hier zu gestalten und einen Teil des Fürstenzuges historisch anspruchsvoll darzustellen. Das soll auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, wie es unser Oberbürgermeister bereits sagte. Und somit können wir auch einen kleinen Beitrag für die Stadt Rochlitz und zur Darstellung unserer gemeinsamen Geschichte hier leisten. 3,55 Millionen Euro flossen in die Sanierung des Objekts. 62 Prozent wurden über die Städtebauförderung von Bund und Ländern sowie der Förderung VWV in Westkraft investiert. Die Sanierung erfolgte denkmalgerecht und barrierefrei, informierte der Oberbürgermeister. Die Kreuzgewölbe seien im Untergeschoss erhalten, die ursprüngliche Raumstruktur wiederhergestellt wurden. Das Obergeschoss wurde entkernt und ein Lift eingebaut. Sichtbetonteile und Echtholzmöbel sowie ein ausgeklügeltes Lichtkonzept sorgen für ein modernes und ansprechendes Innenleben. Für diese Symbiose aus Glas, Stahl, Holz und Beton wendete die Stadt Rochlitz Eigenmittel in Höhe von 1,34 Millionen Euro auf. Das würdigte auch noch Staatssekretär Marco Wanderwitz. Um solche schönen Gebäude beispielsweise wieder herzurichten. Und gerade Rochlitz lebt ja von dieser schönen Bausubstanz, wo wir dann auch immer beispielsweise den Rochlitzer Profi sehen, die unsere Altförderinnen errichtet haben. Und wir sind natürlich dazu aufgefordert, sie möglichst zu erhalten und nicht irgendwann zusammenzuschieben. Und deswegen ist diese Gemeinschaft Gemeinschaftsaufgabe so wichtig, weil sie Infrastruktur in den Städten und Gemeinden erhält, kommunale Infrastruktur, aber auch Infrastruktur, die in Privateigentum ist. Und deswegen ist diese Gemeinschaftsaufgabe Städtebeuförderung wirklich eine große Erfolgsgeschichte. Im Anschluss an den Festakt und beim Tag der offenen Tür am Sonntag konnten sich die Gäste im Haus umschauen. Die Volkshochschule Mittelsachsen wird hier in ihren Räumen Kurse durchführen. Und natürlich lockte die Ausstellung über den Fürstenzug die Gäste ins Dachgeschoss der Bibliothek. Sie kann während der Öffnungszeiten der Bücherei und auch am Wochenende besichtigt werden. Die Bibliothek aber ist das Herzstück im Gebäude Alte Lateinschule. Auf 1100 Quadratmetern stehen hier rund 26.000 Bücher, CDs, DVDs und andere Medien zum Ausleihen bereit. Grund zur Freude gab es nach dem Festwochenende als bekannt wurde, dass der Bibliothek Rochlitz am 24. Oktober der Sächsische Bibliothekspreis verliehen wird. Die Bibliothek